All right, ich mach das Video gerade so und ich seh das, gut Jetzt, aber jetzt kommen wir zu nem geilen Part Jetzt, Stream Awards Einsendungen Von meinen Clips, ihr müsst das aber auch, also ich mach das jetzt Aber ihr müsst das auch, also ihr könnt das Wenn ihr wollt, könnt ihr das parallel mit mir machen Also wenn wir uns jetzt einige Clips anschauen und wenn ihr einen Clip besser fandet als meinen Oder die gleichen, macht einfach parallel mit mir, okay Also ich hab keine extra Rechte hier, ich bin auch nur ein Vote einfach Also falls ihr wollt Macht auch selber gerne mit Ihr könnt auch von anderen einfach, Hauptsache So viele Clips wie möglich einfach rein Aber Platter Awards All right, bester Rage-Moment Ihr seid jetzt gefragt bei euch, ihr müsst jetzt die ganzen Links-Clips schicken Hab ich, bin ich dieses Jahr irgendwo geraged Boah, ich glaub dieses Jahr echt nicht Heute noch, ja, aber, oder Ich glaub ich bin dieses Jahr ruhig Ich kann mal Top-Clips einfach schauen, aber Kann man irgendwie, kann man irgendwie Für die Leute, die schon Clips suchen wollen Besser Rage-Moment, besser EA-Moment, besser Gaming-Moment, besser E-Sports-Moment, besser Sport-Moment Natürlich alles, wenn sie ja vorbei ist, ist es ja gar nicht Digga, bester Rage, man, ich hab legit keine Ahnung, man Okay, Malte, danke für den gifted Sub, danke, danke, danke schön Bisschen früh, Retalk ist früh Wie soll ich hier suchen? Gibt's irgendeine Seite, wo man Warte, ich hab ne Idee Ich mach nur auf Monate So Uh, geht mal wieder zu weit Oh mein Gott Ich entfolge ihm, also entfolgst du nur ein... Ah ne, ich dachte, das wäre ein Bottle-Flip-Ding Clips-Manager im Dashboard Okay, hier ist er... Danke Ausraster Bitte, bitte, bitte Bitte Ja Ja Digga, haben wir dieser Bottle-Glasflasche? Ja, aber das ist ja kein... Wir sind bei Rage-Momenten Damit du schon mal direkt Bescheid bist, wir sind bei Rage-Momenten Äh, können die Bots, by the way... Warte, ich mach's selber, warte mal Äh, Dream Awards Clips einsenden Boom, hab Titel geändert W, ich bin W-Mod Jungs, wir sind grad bei Rage-Momenten Wir machen nacheinander Behaltet, behaltet die Clips, wenn wir bei der Kategorie sind, okay? Hugo, wenn irgendwer diesen Clip hat, wo du gegen Luca das eine Mal in Ro... Oh mein Gott Wo ich gegen Luca verloren hab in Rocket League Aber war das dieses Jahr? Ich wollte es dir ja nicht einstellen Level-Ratings haben wie 100 Bits Bro Jungs, es muss dieses Jahr... Ich merk's schon, ich merk's schon Wir müssen erst reinkommen Wir müssen erst reinkommen, ich merk's schon Jungs, dieses Jahr Dieses Jahr, okay? 200 Aber es ist dieser Hurensohn da Was ist das für ein Auto? Digga, er bestellt halbe Jahrhunderte Seinen fick Big Mac mit Pommes, Ketchup, Mayo Ice-T, fick dich! Ja, nee, nee Das ist... Das ist Standard Das ist Standard reden bei mir Das war kein Rage Ich geh mal selber Wo muss ich nochmal hin? Videoproduzent? Wo war das, Robin? Clips vom Dezember 2023 werden auch angenommen Du musst nicht alle Kategorien ausführen Aber je mehr, desto besser Also Dezember geht auch Falls in Dezember... Ist es das? Ist es das? Oh mein Gott Ich glaub, das ist ne Luca-Clip Aber das ist die VOD Oh, das ist die VOD Aber ich hab da keinen Zugriff drauf Nein, Tor! Nein, ich schlag alles zu Brei Ja, ich fick euch alle Ihr kleinen Bastel Ja, ja Besser... Ich find... Ich fand den anderen Clip auch besser Bis zu dem Umkippen Das Umkippen macht's aber besser Ich weiß nicht Nein, ich schlag alles zu Brei Ja, ich fick euch alle Ihr kleinen Bastel Du kannst mehr... Oh, wir können mehrere einschicken Ich schick den schon mal ein Der ist krass Ah, weitere Clips Hey, warum dauert das so lang? Jetzt Okay, okay Wir können mehrere machen Was fandet ihr noch besser? Upp Welchen, welchen meint ihr dir? Uppsala Upsi Was hab ich denn hier von Seiten auf dem... Upps Welchen Clip fandet ihr besser? Ist übelst funny Mann, Jungs, ihr checkt es nicht Ah, ah, ah Jungs, wir sind nicht... Wir sind nicht bei Rage-Proventen Hey, was labere ich? Wir sind bei Rage-Proventen Schlechter Flieger Ihr kriegt ein perfektes Geld Ich hab keinen Bock mehr Okay, ich bin scheiße Ah, die kleinen Bastel Die mich hier schon wieder abfacken LLL, schlechter Flieger Ihr kriegt ein perfektes Geld Ich hab keinen Bock mehr Okay, ich bin scheiße aggressiv Ich hab 360 Euro Ne, 460 Euro verloren Ich fand 100 Euro gegeben Hier, Digga Nein, nee Danke für den Streamen Danke für den ganzen Subs Danke für den ganzen Chat Danke für den ganzen Follower Wir sind uns morgen wieder War ein geiler Stream heute Äh, ich wünsche euch was, Jungs Ich wünsche euch einen schönen Abend Haut rein, ciao FAKE DANG Aber Wir brauchen den Clip davon Wir brauchen den Clip davon Digga, was ist da nochmal passiert? Ich kann mich nur erinnern, dass ich da richtig, richtig, richtig mad war Was ist da nochmal passiert, Digga? Das war irgendwas mit... Das war Luca Rocket League, ne? Das war das mit Luca Alle, die den Ball Ja Ich bin den Ball gechargt Ich bring dich um Digga, der muss auch rein Der ist krass Wieder so Wir brauchen diesen einen Luca Clip, Jungs Also wir brauchen den Clip auf Twitch Jungs, das ist kein Bock mehr Oh mein Gott, das ist der Das ist der Das ist der An die kleinen Bastards Ich bin hier schon wieder Schlechter Flieger Ihr kriegt ein perfektes Geld Ich hab keinen Bock mehr Okay, ich bin scheiße aggressiv Ich hab 360 Euro Nee, 460 Euro verloren Weil ich die... Fortsch... Ich fand... 100 Euro gegeben Hier, Digga Nein, nee Danke für den Stream Danke für den Follower Wir sind es morgen wieder War ein geiler Stream heute Äh, ich wünsche euch was, Jungs Ich wünsche euch einen schönen Abend Haut rein, ciao FAKTZEIN Digga, der ist krass Warte, ich nur arbeite Oder was ist der jetzt los? Hä? Ich will doch einfach nur den Clip gucken Hallo Du kleiner Oh mein Gott An die kleinen Bastards Die mich hier schon wieder abfucken Ey, ich krieg da verfektes Geld Ich hab keinen Bock mehr Okay, ich bin scheiße aggressiv Ich hab 360 Euro Nee, 460 Euro verloren Weil ich die... Fortsch... Fortsch... 100 Euro gegeben Hier, Digga Nein, nee Danke für den Streamen Danke für den ganzen Subs Danke für den ganzen Dichs Danke für den ganzen Chat Danke für den ganzen Follower Wieso es morgen wieder War ein geiler Stream heute Ich wünsche euch was, Jungs Ich wünsche euch einen schönen Abend Haut rein, ciao Was? Digga, ich schwöre, das ist der krasseste Ah, scheiße Jetzt buckt der Was ist das hier? Ich hab komplett auf Juwelen geschwitzt WOLA Hätte ich nicht so gespielt Wir hätten verloren Ich sag's so, wie es ist Bruder, oh mein Gott Man schämt mich, Digga Man sieht da nur damage Man sieht nur damage Man sieht nur die Cains Man sieht da gar nicht Geleitet hat Ja, vielleicht hast du noch nicht Den richtigen, Bro Ich... Ey, normales Reden in meinem Stream ist das Der ist nicht gut Wann Streamer Kompliment geben Nach den Streamer Watch Clips einsenden Nach den Streamer Watch Clips einsenden Rufen wir alle Streamer an Und geben den Kompliment Das hier? Letztes Jahr Er kommt mit letztem Jahr Hör auf der 2 Digga, was? Was war denn da los mit meinen Haaren? Da hab ich ne Delle in meinem Kopf Fizze Und jetzt kriegt er wieder ein Tor Nein, ich schlag Alle zu Brei Ja, ich fick... Ja, haben wir schon, haben wir schon Hör euch alle, ihr kleinen Bastard Ah, wie lange braucht es Twitch, um die Scheiße neu zu starten? Ah, jetzt, jetzt, jetzt Ah, die kleinen Bastard, die mich hier schon wieder abfacken Er kriegt ne Kaffee Ich schlag... Oder reich jetzt? Okay, haben wir noch einen oder war's das? Ich glaub, können wir noch einen überhaupt reinmachen? Ja, wir können... Ich glaub, wir können immer fünf dann Haben wir noch, haben wir noch zwei? Fünf Spielern innerhalb von drei Stunden Die meisten... Das ist, das ist nicht Rage-Clip Oder das... 24 Er kommt mit 2017 oder so Auch was auch immer das ist Vor fünf Jahren Was? Ich wahrstimm dich Das ist low Ey, WTF, Digga Ich werd direkt gepostet Schreibt Clip the shit Clip the shit Der eine Clip, wo du ASMR gemacht hast Und so übersteuert geschrien hast Der muss auch rein, actually Aber ist das ein Rage-Ding? Gerne den Schneidersitz Wenn du magst... Oh mein Gott, Digga Das... Die Kevin Olympiade Hatte ich in meinem Kopf Aber ich dachte, das wär letztes Jahr gewesen Aber das war dieses Jahr? Digga, dann können wir da hunderte Clips nehmen Sich gern leicht erhöht auf eine gefaltete Wolldecke Gerne den Schneidersitz Wenn du magst Sich gern leicht erhöht auf eine gefaltete Wolldecke Oder auf ein Meditationskissen Ich glaub, da gab's bessere Digga, wenn ihr von dem Stream noch mehr habt, wär krass Weiß nicht, kann man hier irgendwie das Datum sehen oder so? Ich weiß nicht Ah, hier 17. 17. Februar war das 17.2 Heißt das irgendwie... Irgendwie... Ja, ich kann auch selber schauen Twitch-Tracker Twitch Fracker Ah, hier hat jemand Wollen wir den reinnehmen? Ich fand den nicht so, krass Ja, ich fand den normal Die Drei ist normal Öl dich bitte ein What the frick? Was? Warum soll ich mich einölen? Also ich guck jetzt Das ist zu gut TV Was hab ich nochmal gesagt? 17. Februar Ihhh, warum ist das... Das war bei mir immer lila, hä? Hitz hier Google fliegt, was ist das? Okay, anscheinend, dass wenn man da die ganze Zeit drauf schaut, fällt man runter Ach Gott, Hölle nein Ich geh... Oh, hier bin ich, glaub ich... Ah, nee, das... Oh, Torus Bear Ich will mir das nicht nochmal anschauen Ich find nix Gutes Gibt's auch Cringe Moments? Safe, 100% Ihr könnt schon mal für die nächsten Kategorien auch raussuchen, falls ihr da welche habt Ja, ich glaub ich hab da nix mehr, Jungs Was hier? Und dann erlaube dein Becken ganz schwer zu werden Was ist Becken? Ich hab da nix richtiges mehr Okay, hab noch irgend... Wo bist du hingegangen, Bro? Hast du mich grad fettkopf... Die Dinger, du sag... Ich sag, geht raus! Ich zitiere... Der Grüne ist... Äh... One-Shot Der Grüne hat aber wonen, dass die anderen rausgeschossen ist! Es waren zwei Grüne! Es waren zwei Grüne! Drei Shotguns! Drei Shotguns! Jetzt hat er kassiert! Drei! Aber ich hab nicht gesagt, wo? Ich hab nur gesagt, der ist wonen! Ja, Lukas... Wir halten aber die Stellung! Wie im Krieg, Mann! Wenn du in der Verteidigungsposition bist und jemand... Ja, der ist aber auch normal! Okay, hat noch irgendwer einen Kracher für Best Rage Moments? Ansonsten würde ich die drei einfach lassen! Noch irgendwer? Der soll die Hand jetzt heben und schicken? Ne? Okay! Ey, wie gesagt, macht selber auch mit! Falls ihr denkt, dass ein Clip krass war, macht den einfach rein! Oder falls wir die gleiche haben, macht den einfach rein! Scheiß drauf! Okay! Bester IRL Moment! Ich glaub, da haben wir sehr viel, Digga! Ich hab, glaub ich, noch nie in meinem Leben so viel IRL-Struz gemacht! Wie dieses Jahr! Ja, pass auf! Was machst du da? Mann, wie Heiko! Mann, triffst nichts! Wuh! Dinger! Aber kann man das da reinmachen? In den Realize-Stream bedeutet, dass es Streamen auswahlt mit der eigenen vier Wände, wenn ich sag, ihr Eke, bist der Beste aus diesem Jahr! Bist du nicht andere, wo das besser reinpasst? Äh, ne, ich glaub nicht! Oh, doch! Hier! WTF passiert hier? Aber vielleicht haben wir da... Wir können ja eh einfach auch... Ich mach's einfach mal rein! Ich mach's rein! Und wenn's woanders Sinn passt, dann soll die's halt da machen! Keine Ahnung! Oh, die machen das schon! Hier, Robin macht das schon! Mach die Augen zu und hör dir das an! Dinger, das kippt richtig! Ihhh! Ihhh! Das kippt! Ihhh! Das ist ekelhaft! Ah, nee! Kugel fällt aufs Bahn! Nee, auch nicht, will ich sagen! Mann, Dinger, das Geräusch, wenn die Haut... Oh, nee! Oh, ich hasse das! Nee, nee, nee! Das ist auch nicht! Kugel im Sprungschatze! Nee, auch nicht! Hier, hier, hier! Ich nehme die Sprungschatze! Nee, aber das ist auch... Ja... Der ist so stark! Das Essen ist so arsch! Ich glaub, ich spreng den Laden! Jaaa! Ice Cream Wagon! TTS-Categorie? Ja, aber selbst da hab ich bessere, glaub ich! Da haben wir bessere! Ice Cream Wagon! Oh, yeah! They walk around here! Ice Cream Wagon! For all my thugs, there be swag and no homo! Oh! Oh! Let's go! Nice! Ice Cream Wagon! Dope Fiends be sagging! I'm never lagging! Ja! Der Typ muss eigentlich rein! Ja, das ist auch bei WTF passiert hier eher, glaub ich! Scheiß nicht! Oh mein Gott! Der muss rein! Der muss rein! We need an Ice Cream Truck! Oh mein Gott! Boah! Oh mein Gott! Der, der, der muss irgendwo rein! Auf jeden Fall! 100%! Der muss... Der muss... Aber ich weiß nicht, ob der bei IRL reinpasst! Ja, das ist auch eher... Mann, das ist so schade, dass man... Also ich glaub, man kann... Jeder Streamer kann, glaub ich, nur einmal in einer Kategorie sein! Das ist so schade, Digga! Weil... Ja, das check ich aber schon! Aber Digga, wir müssen uns vereinzelt sein! Das ist so kacke! Weil wir haben so krasse Sachen bei WTF passiert hier! Ja, wir sind jetzt erstmal bei IRL, Jungs! Wir brauchen noch IRL! Was ist hier? Oh, das ist genug! Das ist genug, komm, komm! Warte, warte! Drei, zwei, eins! Drei, zwei, eins! Oh, nicht! Oh, nein! Hölle, nein! Hölle, nein! Hölle, nein! Digga, das würde ich beim bester Critch-Moment machen! Wir sind jetzt gerade bei IRL! Ich verstehe! Was kommt beim bester IRL-Moment? Ich verstehe es gerade irgendwie nicht! Ich weiß gar nicht! Ich verstehe es! Dieser Clip mit der Mülltonne muss rein! Und wir eigene Kategorie dafür erfinden müssen! Egal! Welcher Clip mit der Mülltonne? What the frick? Komm! Ich brems jetzt gar nicht mehr! Mir alles egal! Crash auf die Arten! Oh, mein Gott! Ich habe Angst, dass ich in die Reihen geballert habe! Scheiße! Ich habe Angst, dass ich in die Reihen geballert habe! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Okay, das sieht wirklich nach nichts aus! Aber ich schwöre euch, mit diesen Fahrrädern da runterzufahren war das krankeste! Weißt du, was hier ist? Bro! Guck mal! Diese Rillen da! Wenn du einmal da reinkommst, bist du schon am Arsch! Oh, mein Gott! Nein! Nein! Oh! Oh! Digga, können wir reinmachen, aber ich weiß nicht, was du richtig da rein sollst! Ich habe... Oh, nein! Oh, Gott! Okay, easy! Geflantrucks, was ist das? Soll ich mal richtig laut schreien und du guckst da... Du guckst da hinten, weißt du? Bro, Mike, ich sage echt, dein einziger Charakter-Trade mittlerweile ist einfach schreien! Retalk! Er bricht! Ah! Digga, Opfer, Retalk-Opfer! Retalk-Opfer? Ja! Digga, das ist... Digga, was war dieses Jahr schon alles? Digga, check dich, was dieses Jahr schon alles war! Snow-Trip? Madeira-Trip? Schweiz-Tour? Summer-Trip? Drei Wochen, ich war weg! Was war noch? Digga, das war schon so viel schon! Fitness-Challenge, ja, die würde ich jetzt einfach mal nicht mit reinzählen! Äh, ja, hat irgendwer noch IRL-Moments-Clip? Alter, ich weiß doch, ich wüsste jetzt, ich wüsste jetzt auch nichts auf Anhieb! Das ist nicht IRL, das hier, das hier, das ist nicht IRL, das hier, oder? Ist das IRL? Das ist scheiße! Digga, wo macht man den rein? War das fucked up? Digga, ich... Ich würde... Ich war... Digga, ist das perfect? Nee, das ist kein perfect timing! Besser, Troll-Moment! Troll-Moment! Hallo, okay, da grüßt ihr im 22. Dankeschön! Ich mach den einfach mal da rein! Ich hab keine Ahnung! Also, diese... Diese Typen haben ja getrollt! Haha! So, wir sind jetzt immer noch bei IRL, aber... Ich will ja mindestens drei haben! Das ist mindestens noch ein Clip! Ja, Tuko, komm! Ja, Tuko, komm! Ey, Jungs, ich geh auch rein, glaub ich! Ja! Ja! Boah! Ah... Ja, ich bin halt... Ich bin halt in den... See gesprungen! Gib ihm auch hin, ich hab mich am dritten! Sauer, jetzt hast du ihn gefickt! Ey, Rito, ich mach den Motor an! Nein, nein, nein! Nein, ich mach den! Aber jetzt! Nein, nein, nein! Uwe, der kann jetzt sterben, wenn er in den... Ich mach ihn nur an! Ich mach ihn nur an! Nein, 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 nein! Nein, der dreht sich doch trotzdem! Jungs, bitte! Nein, ihr halt deine Fresse, bitte! Nee, das muss heißer sein! Der ist nicht auf eurer Seite! Ich glaub, da gibt's bessere Clips vom Schwaben! So, hier der, maybe? Der Pandero! Komm doch! Ja, komm! War der nicht auf ne Zange irgendwo? Komm doch! Äh, nee, hat mir nicht! Oh, Digga, das, das ist ja so geil! Ja! Alter! Ich geh noch zu Fleisch essen! Boah, hätten wir mehr Brotig gefuckt! Dann passiert nix! Schmecki! Toter Clip! Der hier IRL! Oh, so steht! Warum, 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 warum? Der auch nicht war IRL, würd ich sagen! Mann, das ist scheiße schwer! Vergiss nicht, wie schwer es ist! Klar rauszusuchen! Mann, das ist doch einof, hätte ich gleichesi baby! Gib mir nicht an ihm lesen! Leid, ne? Oh, was ist denn jetzt? Nee, auch nicht. Boah. Machst du uns weiter? Digga, wir brauchen ein für IEL noch. Ich guck mal selber. Einen brauchen wir für IEL noch. Retalk. Einen brauchen wir für IEL noch. Ich guck mal, Twitch-Tracker, kann man da irgendwie Clips? Clips. Ich mach einfach dieses Jahr. Hier 2024. Warum ich das nicht früher gemacht? Ich vollidiot. Boah. Google wird verfolgt. Was ist denn wirklich jetzt abzulegen? Nee, nee, das lassen wir einfach mal. Hallo. Filmst du mich? Ja, jetzt filmst du. Da film ich sie auch. Ja, das ist kein Problem. Ich bin extra hierher gekommen wegen dem, oder? Also mein Sohn. Ja. Ja, ich sehe. Also, nicht nur wegen dir. Ja, ich weiß, wegen Papa Platte, ne? Ja. Papa Platte und wegen dir. Ich kenn dich hier nicht. Ja, die EL-Prick von Carsten. Schau! Du kleiner Macherzau... Nee, das ist bei Troll. Zuschauerinteraktion. Ja, da gibt es aber auch bester. Mach doch Zuschauerinteraktion ein. Ich bin... Wir machen alles... Beruhig dich jetzt mal. Ja, beruhig dich. Beruhig dich. Okay? Beruhig dich. Ach du Scheiße, was ist das? Hä? Hä? Da ist ja gar nichts passiert. Oh mein Gott. Pass auf! Komm rein! Digga, dein Ernst? Wir haben den Porsche da geklappt. Wir haben ihn ja nicht aufgebrochen, oder so. Wie krass wäre das gewesen, wenn der Porsche echt einfach nur da und wir hätten ihn einfach geklaut. Digga, biggest plot twist. Das war eigentlich so. Mach den Slowclip bei... Perfekt Timing, Bruder. Ich hab keiner... Oh mein Gott. Ich hab einen Clip für Cringe-Momente. Das... Ich bin bei Cringe-Momente. Das ist hier, 100%. Guck mal. Party, yeah. Das sind Streams, einfach. Du schaust meinen Stream an, oder? Das war tobo peinlich. Das war tobo peinlich. Wir gehen nicht zur Party. Wir gehen nicht zur Party. Digga, wir brauchen... Wir brauchen einen längeren Clip davon. Ernst, ne Frage, aus welchem Grund soll ich den Zoo streamen gucken? Ernst gemeint, bitte. Naja... Aus welchem Grund soll ich den Zoo streamen gucken? Ja, okay, gut. Ja, guck mal, ich weiß eh, was für ne Antwort kommt. Egal. Gibt keine. Guck mal. Guck woanders. Party, yeah. Das sind Streams, einfach. Du schaust meinen Stream an, oder? Das war tobo peinlich. Das war tobo peinlich. Das war tobo peinlich. Wir gehen nicht zur Party. Wir gehen nicht zur Party. Wir gehen nicht zur Party. Ja, okay, ich glaub der Clip hier ist... Ach, Digga, nee. So. Ich pack das jetzt ab. Ah, nee, das ist bei Creech, ne? Äh, Creech-Moment. Mann, Bruder, bitte. Wir brauchen noch einen Clip hier, mindestens. Dann reicht. Mann, die Jungs, bitte. Wir sind gerade bei den besten EL. Oh, komm, ich will skippen mir EL jetzt. Ich geb's auf. Retour, ich geb's auf. Ich, ich hab aufgegeben. Perfect Timing, was das? Okay, schnell. Halt. 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 Ich hab' Corona Draft und Hannover gehabt. Halt. Digga, der ist krass. Er ist krass. Warte mal. Bester Perfect Timing Moment. den checkt hat keiner warum das checkt man 100% das checkt man safe ok bester gaming moment boah ich glaube real talk ich hatte dieses jahr gar nichts dieses jahr richtig wenig gaming gemacht glaube ja es gibt eh wir können ja trotzdem was also vielleicht vergesse ich irgendwas kann ja sein mcc twitch rivals habe ich da was krasses gemacht nein real talk da gab es schon was ist das hier was mache ich da ich packe noch bei erl rein keine ahnung da haben wir da haben wir wenigstens drei bei erl ich will überall drei haben so ich packe jetzt einfach hier rein so fertig was soll ich machen die gemacht das am besten auch geht bei sieben monate nicht vorgelesen geht bei twitch tracker gibt bei mir letztendlich die clips und dann 224 das ist das beste was ich machen kann eigentlich lankings dann grüßt am siebten ok wir sind jetzt bei gaming habe ich irgendwas gaming gaming was ist das hier roh rot toter clip rot totter clip rot totter clip rotter Teil wer ist denn hier ein blunder kunde bro Lass ihn mal nicht reinmachen, okay? Lass ihn aber nicht reinmachen. Hugo Rage. Was ist das hier? Hugo Rage, minus 160. Ja, toter Cliff. Boah, Digga, ich muss noch... Ich schwöre, irgendein Gaming-Moment hatte ich noch dieses Jahr. Das kann nicht sein, dass ich dieses Jahr nichts hatte. Den hier. Banane der Götter? Was zum... Was? Digga, wie schnell? Wie schnell? Warte mal! Warte mal! Wenn man eine Banane isst, ist das was schneller? Oh mein Gott, das hat... Also... Bro! Clip des Jahres vor drei Monaten. Was für ein Manhunt? Digga! Warte! Da hab ich auch nicht gemacht. Digga, Jungs, jetzt... 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 Jetzt geht man in euch hinein, bitte! Es muss doch irgendein Clip geben von mir, wo ich irgendwas krasses gemacht habe dieses Jahr. Ich weiß, wir hatten nicht so viel Gaming dieses Jahr. Aber... Aber... Zwei Goldblöcke... Das kann nicht sein, das kann nicht sein! Kann ich sein! Kann ich sein! Stimmt nicht! Guck mal! Fortnite Time Challenge! Ich hab da so'n... Geilen Deagle Shot gemacht! In Fortnite! Du musst halt Leute mitsuchen, ihr müsst mitsuchen, Jungs! Du musst halt Leute mitsuchen, ihr müsst mitsuchen, Jungs! Jaaa! 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 Der muss doch irgendwo sein, der Clip! Hier, der? Nein! Nein! Reetalk! Dieser Deagle Shot! Ich kann mich doch dran erinnern! Der war crazy! Da war ich... Da war ich... Da war ich Low HP Finale! Und geb den irgendwie noch einen Deagle Headshot! Das muss... Irgendwo... Irgendwo muss das sein! Ich... Ich... Das ist vom letzten Jahr, Jungs! Den Preis... Ich hab den Preis letztes Jahr gewonnen mit dem Clip! Wie können die das so verkacken? Hier... Oh ja, das ist er, glaub ich! Was? 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 Jaaa! Im Clip selber Low! Aber... Wenn man checkt, wie ich da gefeitet hab... War krasser! Also... Wenn man bedenkt... Wenn man bedenkt... Guck mal! Es geht... Es geht darum... Ich hab noch 15 Minuten! Ich musste das gewinnen! Ich war Low! Blablabla! Aber ich glaub der Clip an sich ist... Tot! Ich war trotzdem rein! Aber... Jaaa! Ist okay! Ist okay! Jaaa! Digga! Ich... Alter! Ich realisiere grad wie ich... Digga! Dieses Jahr hatte ich ja gar keinen Gaming Moment! Fuuuck! Oh Hölle nein! Oh Gott! Sorry Jungs! Oh Hölle nein! Ich mach auch einfach rein! Keine Ahnung! Freuen sich nicht! Digga! Naja! Schadet ja nix! Schadet ja nix Jungs! Ist ja egal! Was? Alter! Ich hab MLG gewasst als zwei Blöcken! Oh ne! Was passiert da? Warte auf! Ich bin im Edits! Scheiße! Ja! Tot! Was ist das hier Bruder? Äh! 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 Was? Was? Was zur Hölle? Äh! Okay! Ich weiß nicht was das war! Ich hab keine Ahnung! Jo- Minus 3 Euro, Herbsttage über 3 Tegereals Hölleleil Zuschauerinteraktion, Jungs schickt die Clips erst rein Wenn wir bei der Kategorie sind, wir sind gerade bei Gaming Bester Gaming Moment Und ich check nicht Wo Ich hab echt Ich hab echt keinen Gaming Moment gehabt dieses Jahr Ich glaub ich irgendwie traurig Digga, das ist 1-1 hier What the fuck, warum fahren wir auf einmal mit uns? Hä? Digga, was macht ihr? Bro Wisst ihr, was auch noch ein krasser Clip ist? Digga, als wir Kart gefahren sind und Wichtiger einfach Durch diese Mauerrand durchgeballert ist Digga, den brauchen wir Den brauchen wir gleich für Ich weiß ja nicht für was Loss Ja, Loss Moment haben wir aber auch Hunderte Ich würde bei Bester IRL Moment nochmal reinmachen Falls den irgendwer hat Wo Wichtiger In diese Planke Da reinballert Checkt ihr Das war 4. März Warte, ich guck Ich guck Lass mich kochen Was ist Hugo Was war's? Ah, hier, 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 der ist krass, der ist krass Oh Gott Oh Gott Oh Gott Instagram von Samuswild Hört auf zu lachen, Digger. Tempel 2, Staffel 4, Dienstag, 20.08.16 Uhr. Tempel 3, Staffel 4, Dienstag, 20.08.16 Uhr. Ja, also ich werde halt nicht dabei sein. Fink, äh. So, machen wir weiter. Habt ihr die CDM den Link geschickt, weil verbockt hast, Mai-CH in deiner Fahrt? Tabs, danke, bitte habt die Discord, äh, ich guck. Schönen Tag. Oh, kack, äh, kack, äh, ich, ich liebe dich über alles. Äh, äh, heißt du auf, äh, w-w-was? Discord schreibt Twitch privat wie... Oder Toterclip. Ähm, einfach, einfach, äh, Pups wie ich... Nein, ja, mit Socken an, ist doch okay, mit Socken. Toterclip, retalk. Ungut, cheat, was ist das, was ist das, was ist das? Oh, die Erklärung. Alright, let's go. Digger, ich sag's jetzt einfach. Es wird wieder eine... Demnächst... Papa Platte... Versus... Let's Hugo Olympiade geben. Ich hab ihn heute gefragt. Er meinte... Ähm... Nächste Woche oder so vielleicht. Ich hab Bock, Digger. Naja, die war richtig... Es war wirklich... Von allen Olympiaden, die ich gespielt habe, war das die, die am meisten Bock gemacht hat. Und am krassesten war. Von dem Emotionen und alles. Das war die krasseste... Dumme Frage, aber den CA-Clip habt ihr schon eingesendet, oder? Denk doch... Du meinst den... Jungs, ich hab... Also, ihr verarscht mich doch gerade. Ich hab den Preis gewonnen für bester Gaming-Moment 23-20 wegen der Falle in Craft Attack. Was labert ihr? Fick mein Penis! Oh, 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 oh. Ja, okay, ich glaub... War 2019, aber ja! Fick's mich nicht! Bro, what the fuck! Weiter. Weiter, du! Alles richtig wieder. Fick's mich nicht! Okay. Fick's doch, weiter geht's. Sagst du, ich nehm wieder ein Fick. Fick, ich komm, ich komm, ich komm! Weiter geht's, oder? Ja, komm, ich komm, ich komm! Ja, komm, ich komm, ich komm! Ja! Ja, ha, ha, ha! Du musst dich auf Steam Awards sein? Hab ich schon, hab ich schon. Ich hab angemeldet. Bester Gaming-Clip. Gib Melody den Ball! Gib Melody den Ball! Ja, Jungs, ich glaub... Ich glaub, was Gaming-Sachen angeht, geben wir einfach schon mal... Wir haben... Wir haben... Ne, wir haben nicht drei. Wir haben zwei. Ich geb auf. Wir haben... Falls ihr noch irgendwas habt... Macht rein. Aber... Ich glaub, Gaming war dieses Jahr sehr schwach bei mir. Also, da gab's... Glaub ich, nix. Was ist das? Ja, das hat mich... Das ist schon drin. Äh... Ja. Okay. Bester... E-Sports-Moment. Von Gänsehaut-Moderation bis zu krassen Plays. E-Sport nimmt... Kontinuierlich im Stream-Bereich zu. Was war der beste E-Sports-Moment in diesem Jahr? Ja, haben wir halt. Ja, MCC, aber... Haben wir auch nicht gewonnen. Also, ich glaub, da können wir skippen. Ich hab jetzt nix irgendwie E-Sport-mäßiges. Doch, hier. So. 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 Digga, was mach ich da? Okay. Alright. Bester Sport-Moment. Vortritt immer mehr Anklang in der Streaming-Szene und begeistert wöchentlich mehrere hunderttausend Zuschauer. Welch im Moment war der beste Sport-Moment? Da haben wir ein paar, oder? Also, wie gesagt, das Jahr dieses Jahr war... Ja. War... Hier. Hände bleiben, wo sie sind. Niederbleiben, wo sie sind. Die sind auf dem Boden. Drückt ihr euch nach. Ja. 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 Aber müssen da krasse Sachen, Robin, muss da wirklich was krasses sein, oder kann das auch ... toll? Muss schon was krasses sein, oder? Ich fahr einfach, dann fahr ... Ich fahr jetzt einfach! Drei! Zwei! Eins! Also, ich find das krass. Nein, Real Talk, lass doch einsehen, wie ich's wirklich schaffe, ein Rad zu fahren. Das ist ja wirklich krass. Bei eSports. Hast du schon gut gesehen? Das was? Hast du schon gut gesehen? Ich weiß nicht. Nein. Drei. Ich weiß nicht. Das können wir nicht mehr eSports reinmachen, hier, das geht nicht. Das müssen wir bei der anderen Kategorie machen. Wir brauchen, wir brauchen Sportmoment, Jungs. Lesen ist auch Sporttrust. Ich schaff das. ohne eine seite von dem buch lesen ich hab ja ich habe meine konnte den reingeschrieben eine stunde buch vorlesen ich habe vor in irgendeinem stream ich weiß noch nicht mal eine minute lang eine stunde lang buch vorzulesen und einfach zu gucken ob ich das schaffe auf serious auf serious aber jetzt mal retalk besser sport moment da habe ich irgendein sport clip ist ja auch ziemlich sportlich ich schwöre ich habe sporttipps ihr schickt nur scheiße rein es gibt doch irgendwas retalk bei sport ich bin sicher dass ich sachen habe ich weiß nur nicht wo es muss wirklich was krasses sein hat irgendwer nein dieser snowchip clip der ist tot irgendwie wie ich ein rad gefahren bin oder so das ist ja wirklich krass ich bin einmal ein rad wirklich gefahren man leute schicken scheiße ich wollte das abo kündigen hilft mir aus der abo falle bitte frostdick sagt bruce am 11 dankeschön red bull digger red bull event ja man war red bull event weiß das jemand ich hab das nicht gestreamt digger ich muss bei irgendeinem anderen schauen nein das wird nicht bei mir gestreamt ich geh mal bei kevin rein aber wann 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 war red bull weiß das jemand ich muss nur einen clip davon finden april ja aber wann ich brauche genaue datum man als ob da kein einziger clip von red bull ist ich denke mir was 6 april ich bin sauer so langsam 6 april hier ok haben wir hier hab ich wir haben halt gewonnen ne ugo face genau am besten auch weil wir sind ja in so einem club wir haben eine private bar wir sind ja in so einem club wir haben eine private bar wir sind wohl nicht abgeschossen digger hugo triple dodge ich mach einfach mal rein weil ich werd nix besseres finden ich mach einfach rein wir bin besser sport moment hier es ist ok ist ok noch irgendwas chugo schick mal juli als Höhe Jux ihr müsst ihr müsst mehr carryn. Real talk ihr müsst mehr carryn. Ihr wisst besser bescheiden als ich. Ihr müsst carryn gerade. Aber ihr macht nicht Maul halten sucht selber. Hey 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 beruhig dich mal der Wir reden nicht so miteinander. Beruhig dich Der typ hat sich vor paar wochen ein haus ohne kredit gekauft Man leute oh mein gott bitte hört doch auf mit diesem glasbordelflip. Der kommt doch noch wenn die passende kategorie da ist. Wir sind gerade bei kategorie sport Versteht ihr kein deutsch Mit der cam rum ab dem punkt. Was? Du wackelst irgendwann nur noch in der cam rum. Das giga arsch will streamen Aber es muss auch irgendeiner mitnehmen Ja ich Ja ich Ey falls irgendwer privat Klicks von mir einschickt guckt ihr einfach. Wir finden gerade Mein Chat findet gerade nichts. Und ich habe keinen bock jetzt die ganze zu suchen Da muss ich auch die Schere heben Bester Newcomer Ja Bruder Rito gibt nur einen der gewinnt Äh Zavex Zavex gewinnt 100% Gibt es noch irgendeinen anderen? Feister Boah ich kann Ich kann Feister da hinschreiben aber ich bin mir zu 100% sicher Das ist wirklich ein komplett glasklares ding Das Zavex gewinnt Schradin kann man auch noch rein machen Ja Schradin Feister Zavex Also Zavex Oh Zavex war schon mal nominiert Heizmaul Ja stimmt dann darf er ja nicht Ne laut den Regeln hier Ja Ja gut dann Okay Feister Chancen Okay Okay Feister Chancen Schradin wer noch Sonst gibt es keinen oder? Mein Bruder leck Eier mit Wetter man was Hä? Filovar ist auch schon nominiert worden Farbo Farbo Ne Also Farbo ist das verrückteste was ich jemals gehört habe Also das ist krass Farbo ist crazy Reason war auch schon nominiert Jordan und Zavex waren auch schon nominiert Ich glaube dieses Jahr gab es echt nicht so krasse Newcomer ne? Oh mein Gott ich hab Newcomer Melina Sophie Da haben wir unsere drei Sehr egal Sehr egal Melina Sophie Habe ich komplett vergessen Wer? Wer ist das? Was? Wie wer ist das? Wollt ich verarschen? Oh Ja Das war jetzt äh Unpassender Clip gerade Melina so Digga ich kenne Melina Sophie nicht? Wollt ihr? Hier Tag als ich das festgestellt habe war mein PC glaube ich zwei oder drei Stunden zurück Alle sind sechs Jahre alt Ja hast recht Scheiße man Bachelor Lobby Ich hab leider schon drei War schon Lobby Mein Bruder weiss ich doch nicht wie er heisst Oh mein Gott Sorry Bester Cringe Moment Warte was haben wir da jetzt gerade? Jetzt schon gar nicht mehr Ja das ist hier 100% Ja der okay Bester Cringe Moment was haben wir noch? Oh Gott Hölle nein Hölle nein Sehr geehrte Herren Herzlich willkommen in der Schweiz Begrüssen möchte sie hier unser Präsident Hallo Sehr geehrte Herren Freut mich sehr sie hier zu treffen Ich habe eine kleine Frage an euch Ja? Wie heissen sie? Uro Ich möchte sie begrüssen Ja das ist Uro ich bin Feister Du? Feister? Mhm Wie heissen Sie? Freut mich zu sehen Mein Name ist Amar Amar? Amar ja Amar Hä? Amar? 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 Amar schlecken! Ich wollte gerade nach dem Clip Hatte ich in meinem Kopf schon vorher gesagt Ich frage mal Aber ist das wirklich cringe? Aber ja Digger Scheiße das ist cringe Bro Meilos Untergang Ja Was haben wir noch? Oh der muss rein Next time you are in the shopping center Please behave yourself Yeah sorry It was shit This won't happen again Yeah Thank you Sorry Buhh 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 Du kleiner Bastard Du bist so ein dummer Schwa- I don't know what you did bro You know what you did bro I don't know what you did bro I don't know what you did bro You know what you did bro Oh my god Du musst mit 2x Wechseln Digger ReTalk Ich hab kaum Was haben wir noch gemacht? Du musst ReTalk chillen Was? Was? Was ist das? Buhh 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 Ich find's nicht cringe Aber ich kann checken Leute das cringe finde ich was einfach mal rein Ich selber find's nicht cringe Wir schon Ja Bruder Dr. Banks hat wirklich nix in dieser Kategorie zu suchen Ich übernehme alle Fahrkosten und Reisekosten Dr. Banks? Oh mein Gott NACHT So K Wo Draw Oh my fuck. Der rutscht, okay? Der ist wirklich krank. Der war von 17 Tagen. Warum war der von 17 Tagen? Der ist krass. Der ist verrückt. Man kann nur vier? Och man. Oh my god. Der ist auch krass. Der ist auch krass. Der ist krass. Bro, ich schwöre, ich habe diesen Blick nicht gemacht wegen dem Arsch und ich habe auch nicht auf den Arsch geguckt. Ich habe sogar extra meinen Kopf weggedrängt, damit man nicht denkt, ich hätte auf den Arsch geguckt. Aber da gab es einen besseren Clip. Da gab es einen besseren Clip. Da gab es einen viel besseren Clip. Weißt du mal, was das Datum davon ist? Da gab es so viel besseren Clip. Ja hier, oh my god. Ich glaube, es war das. Ja. Also ich bin nicht muted oder so. Wir reden einfach nicht. Ich brauche einen längeren Clip davon. Ich brauche einen längeren Clip. Ich brauche einen längeren Clip davon. Weil da hat sie auch, als ich das weggeräumt habe, hat sie auch richtig geguckt und so. Ich weiß nur nicht, wann hat jemand ein Datum oder irgendwie. Ich brauche ein Datum davon. Digga, wer schreibt mich hier an? Oder Mike schreibt mich an? Digga, was schickt er mir her? Auf einmal Mike ist mein Manager. Mike arbeitet nicht mehr für Kevin, sondern für mich. Ich bin gerade auf einem sehr krassen Weg. Das ganze Zimmer fällt auseinander. Ja, ich komme. Ich mache dir noch mal Sport rein. Da habe ich da wenigstens irgendwas wahr. Oh, oh. 26.3. 26.3. Das ist krass. Ja, mach mal hinne jetzt hier. Ja, ja, ja. Papa, blotter hier. Ja, ja. So, 26.3. Da haben wir noch ein Best-Cringe-Moment. 26.3. 26.3. Hier. Hier. Nein. Als ob der so kurz ist. Der Clip ist viel zu kurz. Da hin. Mann. Oh mein Gott. Da muss. Side-Eye. Digga, er schaut Chat. Er schaut Chat. Er macht Pons in das Leaping-Room. Was? War das im Clip? Warte mal, war das im Clip? Die Pons sind das Leaping-Room. Digga, kann das beim Best-Ceration rein? Ja, wie kann das so ruhig sein? Wie kann das? Wie ist das möglich? Okay, das geht nicht so. Oh mein Gott. Der Clip könnte krass sein. Na, geht auch nicht. Mann, das ist schwer. Scheiße. Fuck. Ja, was nehmen wir jetzt davon? Ich. Der Stark. Aber das ist doch nicht cringe, oder? Mach mit der Musik jetzt einfach. Fuck, welchen nehmen wir raus jetzt? Was war scheiße? Also Turbo-Peinlich war das mit dem Yo, du schaust nochmal im Stream. Nicht schon wieder war das mit Mahelo. Best-Infektionsjahr, das war dieses Interview. Ja, ich schickt ihr einfach den Clip ein, Jungs. Schickt ihr einfach den Clip ein von der... Äh, ihr müsst ja auch, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, ihr schickt ja auch einfach Clips rein von anderen, von Streamern. Also schickt einfach bei mir, also schickt bei mir einfach den rein. Checkt ihr. Viele Leute, keiner redet. Boah, auch geiler Titel. Yeah. Oh mein Gott, der ist krass, der ist krass. Der ist krass. Digga, der ist krass. Boah, ich glaube, wenn der noch länger geht, Baby. Jungs, wie gesagt, schickt ihr auch einfach einen. Ich mach dann einfach mal, ich mach... Ich mach Interview raus, weil der für mich nicht cringe war. Ich finde für mich selber, der ist nicht cringe. Wenn ihr findet, der ist cringe, packt den halt rein. Keine Ahnung, aber ich find Interview nicht cringe. Beste Zuschauer-Interaktion. Boah. Da haben richtig viele Leute irgendwas reingeschickt. Wenn da jetzt nichts kommt, dann werd ich verrückt. Danke. Bitte gerne. Digga, ich liebe Schweiz. Warum denn Insta? Wieso nicht? Was? Was passiert denn da? Wie sollst du dir Insta geben? Darf ich? Aber warum? Du kannst ja... Du musst ja nicht. Okay, dankeschön. Bis heute nicht hier ins Haus gecheckt. Aber feist er schon. Du Sigma. Google wird zum Rizler. Bist du in den Fingern? Nach hinten. Oh mein Gott. 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 Schaut euch krass aus? Auch umstyling. Haben noch, haben noch. Ne Brille? Oh, ne Brille hat der auch noch, Digga. Ja, genau. Das sind die AGDs. Das hat so geschart werden. Das macht nur normal bei der ganzen Duche. Ist ja die Sonne so. Bitte, Jungs. Ja, den können wir reinmachen. Warum nicht? Weißt du, Zuschauerinteraktion? Was mit dem Typen? Oh mein Gott. Bei den Typen, Roboter. Ja, aber das sind keine Zuschauer. Oder? Ne, ne. Ich nehm für jeden Tag, aber ne. Also, Ries, Jungs. Ries, Ries. Das kann nicht bei Streamerwards gezeigt werden, Jungs. Digga, wie die da alle Schnupftabak nehmen. Beste Zuschauerinteraktion. Digga, jeder nimmt da Droge, Alter. Deodat, der eine ist 10. Okay, Ries, nehm den 5 vorhin. Der hat alles drin und es ist eine Jute lang. Redet ihr echt alles drin? Der hat alles drin. Der hat alles drin. Okay, ich will Titel aber ändern, Baby. Was soll ich Titel machen? 4 Leute, keiner redet. Boom. Ja, der ist krass, der ist krass. W Flatbox. Okay, boom. Beste Zuschauerinteraktion. Ach so, den Titel kann man auch hier ändern. Okay, check. Ah, okay, check. Okay. Ja, okay, aber der passt jetzt nicht in die Kategorie, versteht ihr? Oh nein. Typ Snipe. Mach, einer reicht. Oh nein. Snowtrip war Peak auch, Alter. Ich vermisse, ich vermisse die Zeit. Oh nein. Man wusste damals nicht, dass es Peak ist. Man wusste es damals nicht. Ich vermisse, gegen die Mälde. Fresse. Maul. In der Nachbar. Ich kann nicht mehr. Mach, einer reicht. Mach, 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 mach. Oh nein. Warum wollen wir das reinmachen? Oh nein. Mach, mach, mach. Gegen die Mälde. Fresse. Das ist krass, Alter. Das ist wirklich krass. Was? Ja, den Einladung auf Insel. Würde ich jetzt einfach mal nicht machen, weil ich bis heute nicht weiß, wann er wirklich zur Insel kann. Ja. Was? Jo. Jo. Was geht? Nichts für dir? Auch nichts. Alles klar? Ja. Mein geht zum Kabel. Okay, danke. Und du brauchst ja noch ein Kabel, oder? Ja. Das ist Platz, gibt es auch dort. Okay. Was ist das für ein Laden? Unter die Skont. Da gibt es, das ist so Technikladen, weißt du nicht? Ja. Okay. Bro, ich würde den aber bei, äh, bester, gibt es da NPC im Moment, oder? Oh, gibt es das nicht? Oh, gibt es das nicht? Ja, ich schwöre, das gab es mal, oder? Gibt es nicht mehr als Maul. Was ist das denn? Warum nicht? Hol dir die Bokale, die hier. Was, was war denn? Was ist da los? Warum gibt es das nicht mehr, Roman? Erklär mir. Das war so eine krasse Kategorie. Psycho, danke für Reset im 20. Dankeschön. Platz für neue Kategorien. Ja, okay, okay, aber wenn Voice Crack ist so wichtig, dass das nicht mehr drin ist. Weil die, die Kategorie war wirklich tot. Die war wirklich scheiße. Ich fand Voice Crack war immer die schlechteste Kategorie. Ja, gibt es auch nicht mehr gut so. Manche Kategorien werden auch erst mal Voting announced. Okay. Wie krass. Ja, okay, wir sind bei Zuschauerinteraktion immer noch, Jungs. Ja, wir können, wollen wir den dann da rein machen einfach? Wir machen den einfach hier rein dann. So. So, jetzt haben wir noch einen Platz frei für einen Clip. Zuschauer springen ins Wasser her. Schreibe irgendwas. Können wir rein? Okay, 3, 2, 1, Jungs. Ja, okay. 3, 2, 1, 1. Die hat 3, 2, 1. Die hat es nicht. Die hat es nicht. Nee, was ist es nicht. Nehm meine Hände. Oh, Moment. 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 Boah, Heiko. Heiko PUV. Wie steht der da? Weil wir könnten den Clip länger machen. Schreib irgendwas. Er leckt mich am Arsch jetzt. Warum dauert das so lange? Alter, was ist da? Boah, das sind keine, das sind voll krass. Clip. Bestes Crossover. Ich guck gleich. Ich mach aus. Schreib irgendwas. Das ist Stream, Bruder. Aber machst du ein Video darüber? Ja. Warte, was der Kling ist, ihr? 3-3 zu fallen, Jungs. Ja, ja, okay. Warte. HÄHH! Ja! Ja! Warum kann ich nicht vorspülen? Bitte was ist das? Oh das is great Ich mach auch Mann bitte Oh mein Gott bitte Das ist so ein scheiß Update Oh mein Gott 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 Digga wenn der erste Clip nicht passt Ich hab Bock mehr Oh mein Gott Sprich jetzt rein Sprich jetzt rein Sprich jetzt rein Nein Ich komm Nein Ugo Bitte Sprich Brille Brille Alle Na Ugo Jetzt Ugo komm Ugo Ey Jungs ich geh auch rein glaube ich Ja Ja Boah Ja 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 Ihr holt Ihr holt Ihr holt Nimm mal den Ja Okay hab gemacht Hab gemacht Alter ich muss kurz mal den Klimaanager machen hier wird zu langsam warm Ich muss kurz mal den Klimaanager machen hier wird zu langsam warm Ja Oh 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 Okay Was haben wir als nächstes Bester TTS Sound alle Dinger da gibt es hunderte Saga da gibt es hunderte Bestes Bestes Crossover Speed hat deine Jawline gesehen Das ist ja keine richtige also ich hab ja nicht mit checkt ihr aber ich hab was anderes für Crossover Das ist ja keine richtige also ich hab ja nicht mit checkt ihr aber ich hab was anderes für Crossover Ähm Als ich mit der koreanerin geredet hab Das ist crazy Das war krass Das war krass Sack in the cock bro 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 Wtf Ja Ja genau Und ich sag ehrlich ich sag das hat kein deutscher gemacht Kein kein deutscher bis jetzt mit der koreanerin so geredet wie ich Oh ja ok wahrscheinlich schon also auf Twitch jetzt Im stream Mit so live Übersetzung Der der war krass Aber wo wir sind jetzt nicht mehr Crossover wir sind nämlich bei Bester TTS Sound Alert Karte Bits Karte Bits Aber das könnt ihr leider nur bei bezahlen heute Digga das essen ist so arsch ich glaub ich spreng den Laden So stark investierte 3 Euro Das ist so laut Ja warte der ist so ein bisschen na geht so Was hast ihr Oh ich krieg's geil Ich hab gefreut Ich hab mich Digga ich dachte Realtalk Ich dachte Karte Bits Ich dachte Karte Bits Ich dachte Karte Bits Ich dachte Karte Bits Ey Robin ihr scheit das kurz oder Jojo macht die bestimmt Ich mach die können aber so geil Äh Mystery Danke Bits Hahahaha Fika warum schreit das Handy so rum Dezember 10 auch Mann warum ist man so ein dummer Mixer Warum haben wir so viel gähn Ah ne 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 Hahahaha Ich hör dich nicht Nein Ciao Ich hör dich nicht mehr Pfff Digga Weiß nicht Glaub ich oder Toter Clip da kam nix Aber da gab's doch fünf Bissere Da gab's doch zehn Bissere oder nicht Der ist gut Der ist gut Ok dann hört mir nix irgendwie Wenn das kein fünf Sterne Essen ist Werde ich den Manager aufsuchen Und ihm sagen dass er sein scheiß Beisness aufgeben soll Hahahaha Hat man schon das wirklich gesagt? Bro Ich hab besseren Ich hab besseren Was war das was war das für ein Tag Ich weiß kein Tag 3 glaube ich Da gab's nämlich auch so ne Heiko TTS Der hat gesagt Heiko jetzt beruhig dich mal Heiko Beruhig dich mal Heiko Beruhig dich mal Heiko Irgendwie sowas war das Tag 3 ich glaub es war hier Check dir Ich weiß nicht ob das irgendwer geklippt hat Digga Nööööö War das Tag 3 aber? Jungs wir hab Philippus.wide Instagram gesehen Aber eben Also ja ist cool Aber ich hab nicht bei Philippus. Mach doch dieser Clip im Supermarkt, wo Spongebob so gelacht hat. Stimmt! Stimmt! Warte, 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 stimmt. Ja, der ist auch krass, der ist auch krass. Der ist auch krass. Warte, wo war das? Man geht, ja. Aber das ist so stressig, diese ganzen Clips zu finden. Hier? Nee, das war dann danach. Hier, hier, hier! Okay. Oh, passt. Achtung, das ist ein Duder. Nein, das ist kein Duder. Ja, 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 das ist krass, das ist krass. Okay. Haben wir doch etwas? Was ist das jetzt? So, Freunde und herzlich willkommen zum neuen Video. Das hier wird das Abschlussvideo sein vor den offiziellen Ankündigungen von Sam vs. Wild Staffel 4. Ich logge jetzt quasi final meine Tipps von den Teilnehmern, von dem Konzept und auch der Location ein, damit man im Nachhinein auch mal vergleichen kann, mit man dann richtig gelingen hat und an welcher Stelle wir komplett falsch abgebogen sind. Dazu sind hier im Video auch nochmal alle entscheidenden Spekulationen, so über die letzten drei Monate... ... 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 Ihr werdet morgen sehen, ich war nicht dabei. Also all die Spekulationen, ich check warum man das denkt. Kann sein, dass die anderen dabei waren. Ich war nicht dabei. Nein, Retalk. Sehe ich aus, als würde ich lügen. Die Fritze. Ihr werdet ja morgen sehen. So, haben wir noch bester TTS Sound Alert. Haben wir da noch irgendwas? Bester Lost Moment. Ja, wir sind aber nicht bei bester Lost Moment. Wir sind bei bester TTS Sound Alert. Schade, egal. Dieser Heiko sprengt McDonalds Ding, oder das, Fred. Wie oft willst du noch diesen NPC-Mann, der bei Reep war? Digger, es gibt keine NPC-Kategorie und wir sind gerade nicht, also wir sind bei den TTS. Ihr leckt mir doch den Arsch! So langsam, da reicht es dir. Ich werde verrückt. Ich werde wirklich verrückt hier. Jungs, ihr müsst wirklich carryen. Guck selber wieder. Ich guck. Boah, wisst ihr, welcher Clip ich auch im krass... welcher Clip auch krass war? Und zwar... Wie mache ich etwas rückgängig bei Google Chrome? Wie mache ich etwas rückgängig? Den Tab wollte ich nicht schließen gerade. SDRG-Shift-T Hier. Nee, das war der nicht. Das war der nicht, das war der nicht. Ja, scheiße, ich finde den nicht mehr. Ja. Was hier? Ich mache Taste Check. Oh, zwei Jahre? Was? Kartoffeln zuerst? Wie ran, aber warum schickt der da? Ich verstehe Leute, wie ich sie sowas schicken. Was will er erreichen? Bruder, zwei Jahre und ich esse mein Mittagessen, was ich da geguckt habe. What the frick? Der Pulli, ja, den Pulli muss ich auch mal wieder... Digga, wisst ihr, was ich heute gefunden habe? Aus dem Nix ist diese Hose wieder gespawnt. Meine OG-Hose, die ich als Old Hugo immer anhatte im Sommer. Ich habe die... Das war meine Lieblingshose und meine Mutter hat die einfach irgendwann weggeschmissen. Und ich dachte, die ist weg. Und nach zwei Jahren habe ich die wiedergefunden. Ich habe diese Hose geliebt. Ich habe sie jetzt wieder. Ich habe sie wiedergefunden. Sie war random einfach wieder da. Aus dem Müll geholt. Nein, die lag in irgendeinem Wäschekorb einfach. Keine Ahnung, richtig random. Weil ich eigentlich eine andere Hose suchen wollte, aber ich habe die auch nicht gefunden. Ja? Ja? Okay, besser TDS-Sound, Jux. Also irgendwie kommt da sehr wenig, obwohl ich eigentlich dachte, dass wir da 100... Da haben wir eigentlich krasse Sachen, oder nicht? Oder Leute schicken, Leute schicken, kleine Kinder attackieren Hure und ich bremse jetzt gar nicht mehr. Digger. Bitte. Ich halte nicht mehr aus. Ich halte nicht mehr aus. Rettet mich, Jungs. Ich gucke, ich gucke, ob ich selber was finde. Ja? Ja, ich finde ich... Ja, ich finde ich... Ja... Brot. Theoretisch ist es TDS, oder? Ja, egal was es ist, Bruder. Es ist vom letzten Jahr. Ja, komm, skippen wir. Bester Perfect Timing Moment. Hat hier, hier, irgendwer irgendwas. Okay, schön. Und den haben wir schon. Das Auris nicht ausrutscht. Okay, drei, zwei, drei, zwei, eins. Ich habe die Forte natürlich aufgegeben. Ich... 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 Ich habe 산... Was ist das für ein Clip? Kann man das bei Perfect Timing reinmachen? Ich weiß nicht. Ja, schon. Ja, komm. Komm, mach mal rein. Mach mal rein. Was? Timing. Wunderes. Aber das ist kein gescheiße, okay? Äh, es gibt dann nämlich das hier. Digga, was ist das? Ich popel mir in mein... Was? Was anderes? Ich popel? What the frick? Aber das ist kein gescheiße, okay? Es gibt dann nämlich das hier. Ich weiß nicht, kann man... Kann man das nehmen? Ich nehm's mal rein, aber ich glaube, wir werden noch bessere finden. Der ist auch nicht schlecht. Alter! Oh! Bruder, ich schmink mir Gott gerade! Nee, 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 dieses Timing. Die Sonne nie untergeht in meiner wundervolle Welt und ich singe diese Lieder, tats mit Tränen in den Augen. Okay, sorry. Ja, der ist nicht schlecht. Die Sonne nie untergeht in meiner wundervolle Welt. Ja, komm, nehmen wir, nehmen wir. Ja, scheiße, wir haben ja jetzt schon alles. Fast Unfall. Oh Gott, oh mein Gott. Digga. Digga, heilige Scheiße. Oh, ich dachte kurz, ja, das war's. Digga, retalk. Oh Gott, ich dachte gerade. Also, sorry, sorry. Digga, mach bitte, mach Fernlichkeit nicht an. No, ich hab mich veranfacht. Bitte lass es an. Okay. Ich weiß nicht, ob der irgendwas mit besserem Timing-Moment zu tun hat, aber ich mach ihn einfach mal rein. So, ich mach den raus. Wie gesagt, Jungs, macht gerne auch Clips und so, ne? Sendet sie ein. Es gibt so viele Clips, die ich noch reingepackt hätte, aber ich, wir hab, ne, ich kann halt nur vier machen. Aber wenn jeder für uns vier macht, dann sind es schon mal mehr, ne? Bester Lost Moment. Was können wir da machen? Was machen wir? Was ist das hier? Bente. Ich bin Maurice am 8. Danke schön. Ich bin Schreif, Rush. Aber Leute. Oh, es ist immer auf, wenn wir alle sind, dann, Jugo. Oh, ist das besser ein Lost Moment? Oh mein Gott, ja, gut. Sonst hätte ich halt noch Glasflaschen hier. Mal gucken, ob es damit geht. Ja, Glasflaschen auch stark, ja, ja. Digga, bist du dumm? Bro, ich hab gestern wieder gemerkt, für was ich eigentlich bekannt geworden bin. Digga, da waren 15 Jungs, bisschen jünger. Bro, das Einzige, auf was sie mich ansprechen, zeig mal Jawline und mach mal Glasbundelflip. Das war's. War das geactived? Digga, du hundertst mal. Nein, war es nicht. Und ich versichere euch, dass wenn ich auf diesem Tisch hier einen Glasbundelflip machen will, es wird nicht kaputt gehen. Es wird nicht kaputt gehen. Aber auf dem Tisch, auf Madeira, das habe ich noch nicht in meinem Kopf, ne? Guck mal, wenn ich hier drauf schlage, meine Hand tut nicht weh. Wenn ich auf Madeira auf den Tisch schlage, dann wird meine Hand richtig wehtun. Mach, ich mach. Hier, Glasflasche. Es geht nicht kaputt, weil der Tisch nicht aus echtem Holz ist. Guck, geht nicht kaputt. Ich werde kein Flip machen, aber das müsste reichen. Denkt ihr? Mach mal richtig ein Flip, Digga. Die Flasche ist voll. Ich kann, ich soll es für nichts bringen. Und ich weiß nicht, wie das ist mit Physik und so. Wenn die Flasche voll ist, kann sein, die geht halt wirklich kaputt. Kann sein. Der Tisch kaputt gemacht. Das ist ein Dosenöffner, ja, ne? Oder ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Weiß ich, wie das geht? Ich weiß echt nicht, wie das geht. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Dosenöffner hier. Ich bin, ich bin, ich bin kein Säufer, ich habe keine Ahnung. Ich brauche irgendwas. Ah, nein. Wie öffnet man eine Bierflasche, wenn man keinen Flaschenöffner hat? Ganz einfach. Mit einem Feuerzeug. Wie das funktioniert, das zeige ich euch. Feuerzeug, ich habe ein Feuerzeug. Das geht nicht. Ich zeige euch jetzt. Als erstes müsst ihr die Flasche fest am Hals umfassen. Zwischen Hand und Decke sollte nur noch ein bisschen Platz frei sein. Nun klemmt ihr das Feuerzeug zwischen Hand und Deckel. Wenn ihr es richtig macht, sollte das Feuerzeug ungefähr in so einem Winkel stehen. Am besten legt ihr euren Daumen noch über den Zeigefinger für einen besseren Halt. Greift das Feuerzeug möglichst weit hinten, damit die wirkende Kraft stärker ist. Stichwort Hebelwirkung. Nun folgt eine schnelle Bewegung nach unten und bang! Digga, mein Feuerzeug geht halt kaputt, ne? So? Digga, das geht kaputt? Digga, das geht kaputt. W ist auf Digger wie clean aber Also mit 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 heilzeit Habe ich noch von Trink Aua Aua ich habe mir den Finger geschitten AHAHAHA F**K AHAHAHA Ich habe mir richtig in den Finger geschitten Aua Bruder das hört mich auch zu bluten AHAHAHA 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 Digger ich habe nicht mehr Distripsionsmittel oder so hier So ich glaube in meinem Auto AHAHAHA Ich bin ganz schön da Ich bin ganz schön da Vielen Dank. Ich habe euch noch nie so hübsch gesehen Flasche. Kann ich das hier benutzen zum desinfizieren? Nein. Würde er nicht desinfiziert ist? Ja. Also es wird halt scheiße brennen. Aber es ist einzig zu desinfizieren was hier. Ich habe sogar hier ein Pflaster. W. So ein Vollidiot, das ist wirklich krass. Guck mal, ich wollte nur abchecken, ob ich meinen Mund einfach daran machen kann. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich mich verletzen werde. Ich dachte ich bin Kreativmodus oder so, keine Ahnung. Wie macht man das auf? Wie macht man das auf? Wie? 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 Ich habe mir ein Fingerspitzengefühl, ich will... Only trust yourself. Klicken. Nein, das ist in so einer... Das ist in so Plast... Oh... Das ist in so Plastik. Das ist auch so Plastik verpackt. Ich weiß nicht, wie man die Plastik scheiße da weg macht. Ja, mach ich doch! Aber wie? Was schafft die scheiße? Ich schwöre, ich kriege es nicht auf! Das kann doch nicht sein. Ah! Ich hole jetzt besser raus. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Das geht nicht. Ich dreh das an. Das ist mir egal. Ja, das war der Play. Boom. So, jetzt desinfizieren. So, jetzt geht's gut, geht's. All right, gefixt. Happy, pico happy. Ja, daraus kann ich jetzt nicht trinken, cool. Geil. Ich hab Angst, dass da so Glasschermen drin sind, deswegen lasse ich's einfach mal. Oh, ich. All right. Wo sind wir stehen geblieben? Jo, Hugo, wann ist Streampause? Hab mir auf Hugos Teil Schlüsselbein gebrochen und deine Streams lenken ganz gut ab, Kuss. Hey, geiler, zeig mal mehr. Ich mach keine Streampause mehr. Äh, Filumenius lang Brieze am 22 und Ziegelfisch lang Brieze am 6. Das ist schon ein Lost Moment. Mann, Digga. Hier, Glasflasche. Es geht nicht kaputt. Ich hab da richtig Druck auf diese... Ist das gut, dass ich so richtig Druck auf diesem Pflaster gemacht hab? Da ist richtig Druck. Digga, ich krieg kein Blut mehr da durch. Ist auf. Digga, wie clean aber. Also mit, mit, mit Heilzeit. Aber, Juck. Kann ich davon trinken? Aua. Aua, ich hab mir den Finger geschitten. Ah, ha, ha, ha. Fuck. Digga, oh Gott. Mann, in welcher Kategorie sind wir gerade? Digga, wir sind gerade bei bester Lost Moment. Na gut. Aber könnt ihr, könnt ihr die Clips so lange machen? Könnt ihr die Clips so lange machen, wo ich das auch noch aufmache? Fortnite! Was? Mein Schiff? Nein, das ist kein Lost Moment. Berechtigte Frage, Fortnite. Den kenn ich, den kenn ich, den kenn ich, den kenn ich. Der ist gestorben letztens. Oh mein Gott. Ne, der ist nicht gestorben. Doch Stephen Hawking. Ich mach ihn einfach mal rein. Ja, nicht schaden. Aber man muss, man muss zugeben, wir haben Ehrlichkeiten. Muss man zugeben. Okay Jungs, wie gesagt, wer ist es? Keine Ahnung. Mark Zuckerberg? Ne, Mark Zuckerberg ist glaube ich der mit der Glacke. Oder? Ne, ist es Mark Zuckerberg? Ne, ist es nicht. Bill Mettet? Wer ist Bill, Digga? Ich dachte, ich kenn seinen Namen. Man hat Bill noch nie gehört. What the frick? Ah, Bill Gates! Bill Gates kenne ich, doch. Nein, Bill Gates kenne ich. Okay, bester Lost Moment. Wenn wir noch bei Perfect Timing. Nein. Wie Freundschaft mit jemandem. Guck mal, deswegen ist, ihr denkt, das ist Perfect Timing, aber. Also ja, es ist Perfect Timing, weil. Ihr die ganze Zeit mich abfuckt, damit. Dass ich jetzt mal was weiß, ihr einfach drin sein soll. Aber ich bin ja nicht drin. Hat die Figur etwas mit der Farbe grün zu tun? Ne. Ist das die Figur aufs Futsch? Oh fuck, er fährt in den Ohr. Ja, die sind nicht da, ich war vorne. Oh fuck, der meinte, der ist überall beschützt, ich hab so ein Ohr. Aber der Material sieht aus. Was ist mit Karsten los? Was ist mit Karsten los, Digga? W! Ist auf! Digga, wie clean aber. Also mit, mit, mit Heilzeit. Ja, komm. Habe ich noch von Trinken? Ah! Aua! Digga, was, 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 warum mach ich das? Ich verstehe es echt nicht. Oder was ist passiert, wenn diese, diese Ringtonen, wenn man mal Glas macht? Wenn man das nass macht. Kennt ihr? Muschigen. Welche Stadt in Australien hat die meisten Einwohner? Die von vorhin? Er weiß die? Boah. Muschigen. Was hat er denn gesagt? Musch. Nicht Musch. Nee, ich weiß. Was hat er denn gesagt? Nicht Muschigen, Digga. Muschigen, das ist verrückt. Digga, aber jetzt mal. Oh Gott, wie heißt das nochmal? Muschig. Ich sag gar nichts, bevor ihr uns reinschreibt. Wie heißt das nochmal? Michigan, Digga. Michigan. Das geht nicht. Das geht richtig. Ey, ich schlieb kalt. Ich schlieb kalt. Scheiße. Okay. Äh. Ja, kann man den da reinnehmen? Es wäre auf jeden Fall es nicht gewesen. Weiß nicht. Mit Hilfe von welchem Element werden die meisten Atomkraft der Kernkraft? Was? Mit Hilfe von welchem Element? Wind. Wasser. Äh. Strom. Keine Ahnung, Digga. Was? Du hast den Flip gar nicht gemacht? Ja, ich werde den Flip auch nicht machen, Bruder. Ich werde ihn auch nicht machen. Digga, weil Lost, da haben wir noch safe mehr. Ich bin grad ein bisschen enttäuscht von der, von der, von der, von der, Schatz, äh, Kammer. Bisschen noch? Irgendwie ein bisschen, weißt du nicht? Bruder, du blut in meine Zunge? Äh. Glasflaschen-Clip haben wir schon drin, glaube ich. Also ich glaube, das ist der Bro-Clip hier. Glaube ich. Guck mal. Oh. Wait, haben wir Glasflaschen-Clip nicht drin? Arschen? Ja, das ist krass. Machen wir wirklich nicht drin. Dumm. Sonst hätte ich halt noch Glasflaschen hier. Mal gucken, ob es damit geht. Ja, Glasflaschen. Okay, hier, boom, fertig. Falls ihr auch noch mal Lots... Es gehen hunderte Lotsflaschen wahrscheinlich. Schickt sie aber da rein. Jalla. Komm, schönste musikalische Performance. Habe ich da irgendwas gemacht dieses Jahr? Gibt, ich glaube... Nee. Der, ja, der rappt mit Kevin, aber ich glaube, der rappt mit Kevin war letztes Jahr. Ich glaube, der war nicht dieses Jahr. Ja, Japan habe ich auch gesungen. Karaoke. War aber auch eher tot. Ich glaube, können wir skippen. Lass skippen, Digga. Also, wirklich, da gibt es gar nichts. Was? Das ist das Mickey Mouse. Wunderungs. Oh, don't pick mich. Don't pick mich. Ich packe einfach rein. Scheiß drauf. Ich packe einfach rein. Bester Troll-Moment. Was packen wir da rein? Oh, was ist das hier? Schenk ich dir heut noch. Dankeschön, der deinen Namen trägt, alle Zeiten übersteht, über unsere Liebe war. Boah, den muss man eigentlich auch einfach, so ein Männer-Männer-Arms. Der ist gut. Okay, bester Troll-Moment. Was machen wir da? Enterdog, Dug, Rissab 34. Hugo X, Papa Platte. Bruder, weißt du was? Ich packe einfach rein. Bruder, wir packen alles rein, was wir haben können. So, jetzt, bester Troll-Moment. Haben wir da irgendwas? Haben wir irgendwas bei bester Troll-Moment? Irgendwas müssen wir haben. Da muss es irgendwas geben. Bisschen Trollen, oh mein Gott. Der wird noch winken, wenn du benutzt. Der sagt Tschüss. Bruder, wir haben unsere Big Floryster noch gar nicht. Oh mein Gott, das ist auch so richtig. Wir haben unsere Big Floryster noch gar nicht, der. Bro, aber passt das? Das ist mein bester Troll-Moment. Und ich glaube, von dem Ding gibt es noch viel geilere Clips. Plus, mir ist durch den Clips eingefallen, hat irgendwer der Kram Burger Clip. Wo ich bei, wo ich bei, wo ich mit Wichtiger bei Burger King war und mit Kram Burger Bescheid. Ich glaube, das muss irgendwer haben. Was war das? Das muss irgendwer haben. Das und besseren Clip von diesem McDrive-Ding. Aber das waren leider keine Troll-Momente. Wir sind bei Troll-Moment gerade, Jungs. Nochmal. Okay, die Frage an der Fragen. Ist der Hund, passt das zu Troll-Moment? Weil er hat ihn ja getrollt. Ice-Cream-Truck? Oh no. We need an Ice-Cream-Truck. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott. Ja, der Clip ist re-talk. Ich sag ehrlich, der Clip ist underrated. Irgendwie ist der, ich weiß nicht. Bruder, warum macht der Hund das? Warum macht der das? WTF passiert hier? Ja, aber bei WTF passiert hier, haben wir eigentlich auch andere. Ich, ich, ich sag, der könnte, wir müssen das so separaten. Und ich sag, bei bester Troll passt der rein. Saga. Ich muss den Huge werden angeschossen. Das ist ein krasser Titel. Stabilen Eindruck, läuft breit. Wo sind die im Sommer? Schreibt, Alter, Sommerschlaf. Komm, du kannst. Hey! Was, Schneider? Hey! WTF? Hey, Ostkuch! Komm hinterher. Ostkuch. Oh mein Gott, der ist krass, der ist krass. Der ist krass. Bitte, bitte, bitte. Carson Goat ist egal. Bitte, nein! Bitte! Bitte, nein! Der ist krass, krass, krass. Boah, der ist, der ist, der ist crazy, der ist, der ist wirklich crazy. Ja, der ist sehr gut, sehr gut, der Griff. Der ist, der ist krass. Okay, haben wir noch einen? Der muss aber länger. Denkst du? Ist er nicht lang? Der ist auch lang, oder? Oh, das ist nicht cool. Nein! Der ist auch die Geschichte davor. Boah, denkt ihr? Ein Titel steht ja schon, Hugo pisst aus Boot. Ja, okay, wenn jemand den Clip besser machen kann, dann... Hier. Ich kann das... Ich muss weiterhasseln. Hier, wenn irgendwer ändern will, ändert. Dann packe ich den hier kurz raus. Okay, haben wir noch einen bester Troll? Ja, ich glaube, das habe ich schon drin. Kleine Kinder attackieren Hugo, habe ich schon drin. Was für Musik. Dienstag hatte ich einen harten... Letztes Jahr, Bro. Ich weiß nicht, ob du lesen kannst, aber... Da steht halt letztes Jahr. Weißt du? Und, also, es ist ja nicht true, was 2024. Und nicht letztes Jahr. Verstehst du? Bis Dezember, ja, aber das ist nicht Dezember. Das ist alles, aber nicht Dezember, Bruder. Ich trage T-Shirt. Bester Troll. Komm nie wieder, mein Chat. Bitte, 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 bitte. Nee, da fehlt die Vorgeschichte. Das machen bestimmt gerade welche. Ähm... Gibt es noch irgendeinen Troll? Irgendeinen Troll? Zum Schwan, ich habe Angst vor dem. Ja, ich schaue auf Chat. Oh... Ich pisse. Nein, 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 nein. Jungs, bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Thorsten goadet, Digga. Bitte, nein, bitte. Bitte, bitte. Okay, der ist gut, der ist gut. Sogib, wo du Cam in sein Zimmer getrollt hast. Digga, tot ist da Troll. Aber ja, jawohl. Der war gar nicht so tot. Wann war Social noch mal? Hier irgendwo, ne? Ich habe echt keine Ahnung, wann war das? Ah, hier. Da lenken wir uns. Hier. Du, bist es wild, hä? Digga, weiß jemand, wann ich ihn getrollt habe? Hauschillung, ist es das? Ja, das ist es. Das ist es. Ich muss furzen. Was hast du mit dem Feuer von Derebüben bekommen? Ja, hab ich ihn bekommen. Ähm... Ja, aber das ist... Das kann man nicht bei Prank reinmachen. Kann man das irgendwo reinmachen? Nee. Glaub nicht. Boah. Wir brauchen noch einen Trollmoment. Irgendwer, Jungs, jetzt... Reißt euch mal alle am Riemen. Ich habe keine Ahnung, was Riemen willst, aber ich glaube hier. Reißt euch alle mal am Riemen. Der Clip, wo du von dir selbst angerufen wurdest. Nee, das ist... Nee, nee, nee. Das ist kein... Das ist das RBTF passiert hier. Pff. Fuck, man. Habe ich kein... Digga, das Jahr ist schon wieder so lang. Ich habe auch keine Ahnung, man. Ugo Lego. Vierter. Bro. Wer ist das Mopsel? What the fuck? Was schickt Bro mir hier rein? Ich die Henne, alter. Fick. Hä? Digga, Bro sieht aus wie ein Nike-Boy. Von Fortnite damals. Und ich habe aber hier nichts mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, guter Call. Ich habe einen guten. Ich habe einen guten. Digga. The biggest Trissler du bist, Bro. Pass auf, pass auf. Watch this. Wir müssen da zu Kevin. Ja, ich hoffe einfach, dass ich den finde, ne? Den finde ich safe nicht. Da, wo Kevin in der Tonne war. Checkt ihr? Das hat safe keiner geklippt auch. Bro, das war... Das war 0 Uhr. Oder 1 Uhr war das. Bro, da waren 2 Leute im Stream. Oh, wenn das irgendwer findet, wäre krass. Was für Aperates! Nein! Bunt! Nein, der Clash of Clans-Clip ist tot, Jungs. Oh, wo ist das hier? Boah, irgendwer muss diesen Tonnen-Clip finden. Ich glaube, das wird nix, Digga. Ja, wir müssen wissen, wann der Tonnen-Clip war. Warum schickst du ein Ronaldo-Edit? Warum? Ich frage dich, warum. Ich frage dich, warum, Schlitzel-Gamer? Schlitzel-Gamer, das ist überhaupt ein Name. Warum? 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 Zweimal-Menü. Ich will einen Kram-Burger, okay? Also zweimal-Plässchen-Kram-Burger? Ja, ja. Äh, einen Kram-Burger, bitte. Weil I show you the Clash, ne? Ah! Ja, da geht die Kram-Burger auch einfach so. Ja, und falls irgendwer in diesen... Oh mein Gott, Mann, ich glaube, jetzt hat jemand den Clip. Was ist das denn? Nein, 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 als Kevin drin saß und ich ihn nicht rauslassen wollte. Egal, Jungs, falls ihr den Clip habt, sendet ihr einfach ein, okay? Ihr müsst auch alle einsenden. Sendet ihr den einfach ein. Ich hab... Der Clip ist zu eins? Warte mal, was? War der letztes Jahr? Zweimal-Menü. Digga, der war letztes Jahr. Ja, dann können wir den anderen nehmen. Er geht nicht ran. Nein, nicht den. Ich brauch den Tonnen-Clip. Aber hier wissen wir, wann das war. Nein, wir wissen nicht, wann das war. Scheiße. Digga, kann irgendwer rausfinden, wann das war? Oh, 600, ne, ja, aber das ist so ungenau. Ich brauch den 24. Februar, schreibt jemand. Ich mach einfach Februar. Geht das? Februar. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Oh. Oh. Ich seh' hier aber nix. Geier? Ist das nett? Was ist das? Hilt mir raus, Arschloch. Arschloch, hilf mir raus. Okay, jetzt brauchen wir einen längeren Clip davon. Leider. Wir brauchen einen längeren Clip davon. Hilf mir aus dieser Mülltonne. Hugo, hilf mir aus dieser Mülltonne raus, Digga. Du trollst. Bro, ich hab Muskelkater auf dem Clip. Ich komm hier nicht raus. Du musst mir jetzt... Hilf mir aus dieser gondlosen Mülltonne. Also, Reider, wenn ich jetzt alleine wäre, wäre die Strat, mich auf den Boden fallen zu lassen. Ja, der ist gut. Das passt. Das passt, Jungs. Nehmen wir. Nehmen wir so. So. Okay. Bester Jobscare. Haben wir da irgendwas? Ich weiß nicht, Digga. Guter Jobscare mit guten Namen. Think I am at home. Boah, ich riecht's geil. Ich hab gefreut. Ich hab mich... Digga, ich dachte... Ja, aber den haben wir schon bei dem anderen reingemacht. Wir haben den schon reingemacht. Ich hab Angst, da reinzugehen, ne? Da war ein Stock zum Blocken. Schau! Du kleine Horensau. Oh mein Gott. Du kleine Horensau. Ah, ist aber auch low. Ich mach' einen Reiwein. Keine Ahnung. Ich wollte eh in Ring A. In Ring A, eh. Also, ich würd eh in Ring dem Dex spiel. Drei, vier, 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 fünf. Das sind die Manns. Kann man den reinmachen? Schassen die Manns. Dann geh mal rein, Digga. Guter Jobscare. Digga, mach bitte aufhärlich an. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist auch so krass. Aber das ist nicht Jobscare. Der wird aufstehen und schreit. Ich weiß, das ist jetzt schon gut. Der wird aufstehen und schreit. Ich weiß, das ist jetzt schon gut. Ja, das ist auch gut. Aber ein bisschen kurz. Jungs, ich, äh. Der Clip ist zu alt. Was? Und das ist so alt ist, Digga. Alles ist verpackt mit so Zeitungen. Ah, Jungs. Es muss von diesem Jahr sein. Ihr seht's ja. Es darf nicht alt sein. Gänsehaut. Oh! Vor acht Monaten, Hugo. Eine Holzschachtel? Ja, war das? Oh! 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 Das ist aber Dezember. Alter, wenn der... Das wär krass. Der Clip ist zu alt. Hä? Aber der ist doch Dezember. Oder? Also, ich... Ich will's nicht dem machen. Aber der ist doch Dezember, oder? Robin! Robin! Robin, bist du da? Der muss rein, Digga. Wenn der Dezember war, wo ist der rein? Robin... ... ... ... Der ist doch nicht so alt jetzt. Du, kleiner Wichser. Ich schreibe ihn auf... Ich schreibe auf Twitter. Ich schreibe auf Twitter. Ich hab ihm geschrieben. Haben wir andere Jumpscare-Dinger? Jumpscare. Heiß Raum raus, ihr wisst gar nicht. Mach nur Joke, ich weiß. Das ist auch ein Dezember-Clip. Ja, Digga, guck mal, Bro. 26. Dezember. Digga, das ist nicht zu alt. Ich komm rein, du scheiß Ha- 2.023 Ehrenmann. Ich bin fertig. Oh mein fucking Gott. Ja, kann man auch nehmen, das ist doch jetzt kein Kracher. Oh, ich spiele Horror Game in VR, oh mein Gott, Digga, oh mein Gott. Da gibt es doch locker 100 Clips davon. Ok, ist er rein. Last Friday night, du bist neuvreselig, du bist neuvreselig, ich bin neuvreselig, du bist neuvreselig! Oh, jetzt wird es wieder Tag wie Low. Nee, wir müssen auf jeden Fall wieder nach oben. Finger, er schreckt mich doch nicht so. Oh mein Gott. Wollen wir für den Clip irgendwas kicken? Das zweite, boah, ich finde das zweite ist jetzt das am wenigsten Jumpscare, ja, hätte ich euch jetzt auch gesagt, aber es ist das lustigste, glaube ich, jawohl, komm, scheiß drauf. Ihr könnt ja, dann macht ihr den Clip einfach einmal rein, fertig. Bestes Streamer Duo, ja, wait. Dürfen Kevin und Basti nochmal gewinnen dieses Jahr? Ja, ich habe da, glaube ich, was gehört. Also ich schreibe es dir einfach mal trotzdem dahin. Aber ich glaube, also ich glaube, auf jeden Fall, ich glaube, die können nicht gewinnen dieses Jahr. glaube ich, ich weiß es nicht. Ich packe sie trotzdem mal rein. Das wäre Robbed. Ja, Bruder, sonst gewinnen die halt wirklich, also ich, ich war, mir ist das egal, ich habe es zugehört, glaube ich. Radin-Farbex, komm ich zu wenig mit, keine Ahnung. Twitch oder YouTube-Link, beruhig dich jetzt. Most surreal moments. Gab es dieses Jahr einen Streaming-Moment, der so surreal war, dass du es nicht fassen konntest gerade. Boah, most surreal. Boah, ich, also ich, ich hätte, ich hätte zwei Sachen, die mir jetzt auf Anhieb einfallen würden. Ja, also der, der Kajak-Stream und der Drohnen-Bild-Mile-Stream. Checkt ihr? Rift-Hose. Man, Dicker. Rille verloren, er juckt. Oh, genau. Das, oh mein, nein, 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 das können wir nicht machen. Ja, ich bin ein Mann, das ist ein Mann, du bist doch geil. Was können wir nicht machen? Was können wir nicht machen? Was können wir nicht machen? Nee, 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 nee. Hat jemand, äh, hat jemand vom Drohnen, äh, Ding, Clip, Drohne, Kajak, was, was war noch? So weirde Sachen, die ich gemacht habe einfach. Nein, Digga, wir machen, ich, also ich mach das nicht, ihr könnt das gerne einsenden, aber ich werd das nicht machen. Ich glaub, das wird auch nicht angenommen. Sport wird promoten, der Bruder genau deswegen soll, dass er nicht rein, du Vollidiot. So. Ey, du Huzo, ey! Wie redest du mit mir? Beruhig dich! Oh, ich hab's! Okay, jetzt andere Seite. Nein! Ja, mach das Gute, die Kamera machen. So. Boah, wollen wir den Hundekliff auch da rein? Äh, Wagon, Ice Cream Truck? Oh no. We need an Ice Cream Truck. Oh my God, bro! Äh, Wagon, Ice Cream? Oh no. We need an Ice Cream Truck. Der Kling ist so krass. Ja, komm, wir packen den auch einfach nochmal da rein. Ja, Mann, oh my God, oh my God, oh my God. Das hat zwar nix mit der Kategorie zu tun, aber es ist lustig. Was geht, Jungs? Hallo? Äh, boah, ich verlieg' gerade. LA, LA ist doch safe auch irgendwas random passiert oder nicht? Wann war LA? Weiß, Kette, das war drei Wochen und dann kam LA, ja, hier. 17. November. Äh, LA, Juni. 10. Juni bis 16. Juni. Ich guck. Ja. 10. Juni bis 16. Juni. Hell, EM und warte, was ist das? Ah, das ist der! Argyle Street. Und du wirst den Deutsche Discount. Ich werde sein, ich werde deinem ersten und deinem Lieblingsbeammer in Amerika, Deutschland. Jedes Mal, du kommst hier, jedes Mal, du siehst die Hollywood-Signung auf TV, du denkst, du denkst, du? Ja, du? Ja. Also, du wirst den Deutsche Discount. Wenn du und du dich kennst, Cori, du hast ein gutes Zeit auf der Tour. Show ihm die Tour-Vans, brother. Show ihm, das ist einer der Tour-Guide. Räääää. Ja, geht so, ne? Ice Cream Wagon. I need an Ice Cream Wagon. You need an Ice Cream Wagon? Oh, yeah, yeah. They walk around here. Ice Cream Wagon. For all my thugs, there'll be swag and no homo. Ja, okay, das ist mein WTF passiert hier aber eher, glaub ich. Glasflasche. Wie weit sind wir mit Eclipse? Boah, ich muss so geil, bestes Stream Crossover, most walls on mobile. Hölle nein, wie viele sind da noch? Ach du Scheiße. Digga, wollen wir das verschieben auf morgen? Ist besser, wenn wir das so splitten. Nein, ich brauche das, Bruder. Luca, bist du dumm? Mach zwei Videos. Hä? Du dumm? Nee? Ja, weil guck mal, Jungs, es wird grad nix. Es passiert grad nix. Es sind noch ein, warte mal, eins, zwei, drei, vier. Ja, okay, dass es nicht mal ist. Ja, okay, warte mal. Ja, okay, bestes Streaming Event, bestes Artwork. Ist egal. Ja, okay, nee, komm, wir ziehen durch. Scheiße. Haben wir irgendwas Surreales? Nee, nicht mehr. Mach bei Surreal da, wo alle in das Wasser gesprungen sind. Nee. Pass auf. Wollen wir den reinmachen einfach? Auch wenn's fake war? Digga, dein Ernst? Hör mir ja nicht. Komm, wir machen einfach rein. Scheiß drauf. Komm, jalla. Okay, bestes Stream Crossover. Haben wir irgendein Clip von der Koreanerin? Was hier? Digga, du kannst mir das einfach reinmachen. Ich mach, ich mach, dass mein Mons so real reich. Okay, bestes Streaming Crossover. Wir brauchen, äh, wir brauchen Koreanerin. Ich weiß nur nicht, wann das war. Boah. Hugo. Hugo, ja. Hugo, Hugo. Hugo, Hugo. Hugo. Ich mag dich, Hugo, auch wenn ich oft gemeint zu dir bin, Paypolo wie für die Fruko-Schnitzel-Pommes 4. Einmal einen Hülterblitz. Uhhh. Höh. Häh. 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 Wir, wir brauchen besseren. Wir brauchen besseren Clip. Häh. Ja, der Klipp ist schon gar nicht da. Nicht der Klipp, das war der Troll ist mehr Klipp, das als Twitch Klipp. Mein Gesicht ist scheiße? Das war Merz? Guck. Ich glaube den hatten wir jetzt gerade schon. Okay, das war Merz, aber Vivi. Scheiße, oder? Ist das deine Freundin? Ja! Sie sieht eins zu eins aus wie meine Freundin in real life. Sie ist sehr schön. Sie ist schön. Sie heißt Vivi. Sie ist schön. Ihr Name ist Vivi? Vivi, ja, Vivi. Okay. Hallo Vivi. Hi Vivi. Ich fack das mal rein. Ich glaube, mein bestes Streetcrossover ist bei mir, glaube ich, einfach nur QSMP. Was? Ach, Digga, das Twitch-Tracker-Link ist Idiot. Ich glaube, bei mir... Ich glaube sonst... Oder hatte ich noch irgendwas? Ich glaube nicht. Wir brauchen den Horny-Clip. Ja, den Horny-Clip brauchen wir auch. Aber hat keiner. Keiner. Jungs, arbeitet mal jetzt hier! Mach's an! Geht ihr denn jetzt ab? Digga, vorne ist der Vater jetzt. Nein! Vorne ist der Vater... Woll, Digga. Digga, Carsten hat nicht aufzufahren! Digga, der hat die ganze Zeit weiter diese... Oh, nee! Ist alles gut? Ja, ja. Top, danke! Digga, das war Chiago. Hä? Woll... Das ist der Mann aus Reefd. Du kennst Reefd, richtig? Ja! 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 Ich glaube... Das und QSMP, aber mehr hab ich ja nicht. Ich bin geil! Ich bin geil! Ich bin geil! Ich bin geil! Oh, shit! I'm Horny! Ja, hier... Ihr könnt auch, weil ihr noch bessere habt. Immer rein damit, immer rein damit! Most awesome Moment! Habe ich da irgendwas, ich überlege? Habe ich wieder den Sell-Off beendet? Ähm... Ich glaube... Ich denke auch gerade im Kopf tot, aber ich glaube irgendwas... Irgendwas ist in meinem Hinterkopf... Irgendwas ist in meinem Hinterkopf, was ich grad verdränge. Irgendwas war... Irgendwas war... Ich juck's gar nicht, wenn du packst irgendwelche Clips rein. Ja, von derweil... Es kommt auch keine mehr, also... Ich... Da muss Chat-Carryen! Tour-Ende... Neee... Ende der Schweiz-Tour... Naja... Jetzt auch nicht Wolfsum... Sam vs. White Gewinner... Ja... Neee... Ich glaube... Ich glaube... Skippen wir... Hab ich... Ich wüsste jetzt nicht... Ich schwöre... Irgendwas war... Aber ich hab's vergessen... Ich weiß es grad nicht... Irgendwas war... Irgendwas war... Aber wir lassen's einfach mal... Irgendwas habt, schickt... Aber ich... Wüsste jetzt nix... Bestes Artwork... Ja... Skippen wir... Bestes Streaming-Events! Hm... Slow Trip... Ich hab' gehört... Leute fanden LA geil... Soll ich LA da hinschreiben? Äh... Slow Trip... Also... Für mich selber... Für mich... Würde ich jetzt einfach mal... Snow Trip... Oder... Snow Trip... Oder... Red Bull Event... Ja... Also... Für mich selber... L.A. Overhated... Ja... Sag' ich auch... Schlimmster Versprecher... Boah... Hatte ich da irgendwas? Safe... Hatte ich... Hatte ich irgendwas... Boah... Das ist halt so krampf... Das alles zu suchen... Und alles ne... Boah... Man braucht halt so Chat... Die so... Alles aus dem Lager nehmen... Muschigen... Kann man das als Versprecher zählen? Digga... Schreibbutensilien... Alter... Hatte... Irgendwer... Jure... Das war wirklich krank... Schreibbutensilien... War crazy... Ja... Finde ich jetzt nicht... Digga... Irgendwer dieses... Hier... Auf die 1... Aber Bruder... Was ist Schreibbutensilien? Was ist das? Schreibbutensilien... Was? Was ist so ein Fick? Ah... Schreib... Ach sooo... Oh mein Gott... Oh mein Gott... Digga... Ich check nicht... Warum ich das nicht gecheckt habe... Schreibbut... Real-time... Ich würd's aber so vorlesen... Immer noch... Schreibutensilien... Weil das B so groß ist und... Ich kann's nicht erklären... Behältnis für Schreibutensilien... Ja... Mach mal rein... Ich... Da gab's... Der Dokumi-Typ... Welcher Dokumi-Typ? Nee... Bei Artwork kommen echte Sachen rein... Ja... Es ist schwierig Sachen zu finden... Ne... Was soll ich sagen? Es ist schwierig... Hmm... Waka waka... E... 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 Wenn du hinfällst... Steh wieder auf... Wenn du hinfällst... Steh wieder auf... Wenn dein LKW kommt... Drüber... Stein drüber... Auto drüber... Ey... Kommt tot... 2... WTF... Passiert hier... Das ist meine Kategorie... Schick die Clips rein... Bro... Da kann ich so viele Clips rein schicken... Das ist verrückt... Bro... Schick... Schick einfach rein... Bro... Ihr könnt nicht überall Muschigeln jetzt sagen... Jungs... Wenn ihr irgendwie denkt... Das und das muss da und da rein... Macht selber... Stubeowats.de... Ich schick euch Clip... Äh... Ich schick... Schick euch Link... Loll... Hier... Da ist der Link... Macht selber... Weißt du... Sägepisst das? Na... Ja... Das ist aber eher Troll... Würde ich sagen... Ok... Jetzt müssen wir gucken... Digga... Ich... 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 Digga... Aber ich dachte kurz... Ich seh irgendwas... Aber ich war ja die ganze Zeit blind... Einmal an... Ich... 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 Ohör PASS... Was machst du da... Mann... Heiko... Man bremsst nicht... Ah... Digga... Digga... Was machst du hier... Digga, wo warst du? Ja, der ist krass. Warum geht das nicht? Warum kann ich dich kapieren und einfügen? Hallo? Hallo? Warum geht das nicht? Ich verstehe es nicht. Warum geht das nicht? Erklär mir. Geht auch nicht Riesclay einfügen. Hä? Ich kann den Clip nicht reinmachen, dass ich den reinmachen will. Wer geht's? Hä? Hat der nicht? Hat jemand einen anderen Clip davon? Wobei gleich sind Sachen nur anders? Ist der Clip schon drin? Ich glaub nicht. Oh, wie kacki. Aber wir haben die aus dem Dachy. Und wort? Das war ein... Keinen wir ein Bild machen? Nein? Wie gesagt, wir haben jetzt hier ein Spiel von Recht verkehrt. Adela Verabschiedung. Hier riecht gut. Ich nicht. Ich. Ich verfeiß da auch. Was war's? Boah. Oh mein Gott. Guck mal, hier ist das passiert. Hier ist das passiert. Ja, da war das. Ja, ja. Oh mein Gott, könnt ihr euch noch rennen? Da, Digger. Oh mein Gott, ja. Verfeiß da da so. Ja. Da, hier. Zeig mal, zeig mal. Ich hab, ich müsste... Ich hab... Komm, bis zum Ende? Nee, der ist... Also, ich hab 100 bessere. Sechst du? Hugo auf die Eins. Das ist der Numerator. Ja, ist recht. Der macht ja... Der macht ja sonst... Ja, Elton. Ja, Elton, ja, du. Haha. Der ist gut. Und jetzt jeder bütenes Gesicht. Schreck rüber. Oh, der ist auch krass. Oh, der ist traurig, traurig. Der, der ist auch krass. Okay, aber ich kann... Also, der eine Clip geht einfach nicht... Ein Jahr, diese Psychose. Ich kann das alles nicht. Warte mal. Schieb zu die Stimmen. Lass mich kochen. Ja. Ich kopiere einfach den Link, aber nur ein Buchstaben nicht. Und jetzt mach ich ein R dahin. Geht nicht. Der Clip ist anscheinend schon irgendwo drin. Ich brauch einfach eine andere Version von dem Clip. Ein Wort. Mein Bruder, der Clip ist zu alt. Jetzt, wie soll ich's dir erklären? Digga. Obwohl. Worts, komm her. Ja, kann sein, dass er Dezember ist. Let's go. Digga, ich weiß sogar, das ist Silvester. Der Crown, bro. Hey. Oh. Ah, du Wichser. Ja, den kann ich auch einfach so. Das geschaut. Okay, den machen wir nochmal rein. Okay, jetzt geht da rein. Und da war's das. Heißt ihr Clips habt, Jungs. Es gibt noch Retalk. Die meisten Clips, die alles carryen, sind die Clips, die underrated sind und die man schon wieder vergessen hat. Das war letztes Jahr so. Letztes Jahr hab ich auch Clips eingesendet. Digga, ich glaub am Ende war kein einziger Clip, den ich selber eingesendet hab. Meiner Meinung nach bestes Artwork von dir. Äh, sondern die ganze Zeit nur Clips von Zuschauern, die so underrated Clips, die man wieder vergessen hat, reingesendet haben. Also, es würd's mich freuen. Ich sende ab. Erfolgreich gespeichert. Falls ihr Bock habt, könnt ihr gerne Clips, die man wieder vergessen hat von mir, von diesem Jahr, reinsenden. Es gibt safe locker mehr als 10 Clips, die wir alle vergessen haben, die eigentlich krass sind. Weil, guck mal, man würde denken, Snowtrip war letztes Jahr, aber war dieses Jahr. Checkt ihr? So. Warte mal, ich guck mir kurz das an. Jo, willkommen zu diesem krass epischen Speed Art. Äh, in diesem Video zeichne ich Let's HugoTV. Ich mach dir echt die Nerven manchmal, wenn ich zeichne. Boah, das ist bei mir auch von Dera, das Bild. Ja, aber ich glaub, ich... Da wird's krassere Game. Ich... Ich glaub, ich lass das einfach. So, Jungs. Wir sind jetzt angelangt an den einen Moment. Weiß ich, ich merk grad, dass ich die... Perfekte... Fuck. Ich brauch die eine, ich brauch die eine... Oh mein Gott. Der, der, guck mal, zum Beispiel der. Mach mal, mach mal dein Head auf. Mach mal echt. Digga, der, der Clip ist zum Beispiel underrated, Digga. Haben wir komplett vergessen, das könnt ihr halt einsenden. So, checkt ihr. Ja, das ist krass. Stimmt. Ja, müsst ihr einsenden. Ähm, okay. Kann jemand die Tierlist-Seite schicken, die ich vorhin hatte? Es müsste automatisch geupdatet werden. Aber ich hab die nicht mehr. Rufen nämlich jetzt. Ich... Ich sag nicht mal alle. Wir rufen jetzt viele Streamer an. Und geben ihnen ein Kompliment und schauen, wie sie reagieren. Und ranken sie dann dadurch, wie sie reagieren, ein. Das ist jetzt der Plan. Mal gucken. Er legt mir auf den Arsch. Geh doch im Verlauf. Verlauf sieht prickelnd aus jetzt. Aber ja, kann ich machen. Ich rotiere das ein. Ah, ich hab, ich hab, ich hab hier. Okay. Warte, ich geh ganz kurz Traum holen.